Offene Tuberkulose in Österreich Fälle offener, infektiöser Tuberkulose sind selten. In Kärnten ist jetzt so ein Fall aufgetreten. Das Umfeld des Betroffenen wird untersucht, das Risiko ist klein. Die Tuberkulose, frühe Schwindsucht genannt, hat längst ihren Schrecken eingebüßt. Der Grund sind Antitubekulotika. Seit der Entwicklung dieser Medikamente hat die Medizin ein wirkungsvolles Mittel gegen die Infektionskrankheit, die vom Bakterium Mycobacterium Tuberkulosis hervorgerufen wird. Heute ist die Tuberkulose, TBC, die meistens die Lunge, seltene Knochen, Haut und Gehirnhäute betrifft, in Mitteleuropa praktisch ausgerottet. TBC-Fall in Kärnten Ein Patient aus Ebelstein, Kärnten ist am Montag mit offener TBC diagnostiziert und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert worden, wie der ORF Online berichtet. Dort befindet er sich seither in Quarantäne. Die offene TBC, davon sprechen Mediziner, wenn Bakterien im Auswurf nachweisbar sind, ist die ansteckende Form der Erkrankung. Die meisten infizierten Personen können die TBC nicht übertragen. Untersuchung und Beratung TBC wird über Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch weitergegeben. Um selbst zu erkranken, müsste man von einem Betroffenen mit offener TBC angehustet werden Tröpfcheninfektion. Auch wenn die Bakterien in den Körper gelangen, erkranken längst nicht alle Personen, die mit dem Erreger in Berührung gekommen sind. Das direkte Umfeld des Erkrankten wurde bereits untersucht. Am Donnerstag wird eine mobile Röntgenstation samt Lungenfachärztin der Landessanitätsdirektion vor Ort sein. Alle Bewohner können sich untersuchen und beraten lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des Erkrankten